Nun sind wir hier im Museum des Nürburgrings und dürfen diesen tollen Argo JM21 der Anlia Cars Limited fotografieren. Ein ganz super Auto, seltenster Auto, weil es das letzte Auto je gebaut in dieser Firma ist. Fünf wurden überhaupt nur davon gebaut und der Wagen gehört zu unserer Classic Line in Düsseldorf. Insofern herzlichen Dank an den Nürburgring, dass wir hier shooten dürfen und herzlichen Dank an die Classic Line, dass wir das Auto heute in Kalender mitnehmen dürfen.